Der Mann, der diese Verhinderns wollte, nachdem sie passiert sind, bricht er sie ausbügeln, hat müssen, was im wahrsten Sinne des Wortes mit seinen Händen ist. Robert! Robert Kummer! Aufmerksam, Robert Kummer mit K, mit dem K. Robert Kummer! Er ist seit drei Jahren der Mann für die Füße, für die Beine der Austria. Hier ist Herbert! Herr Herbert, wo hast du dich versteckt? Herr Herbert! Und auch einer, der nicht mehr in diesem Amt bei der Austria in der nächsten Saison sein wird. Er war Spieler in der ersten Saison, er war Trainer der U21, er probiert quasi alles durch. Und heuer war Co-Trainer von der Landeskriegermeisterschaft. Hier ist der Hammer, hier ist Brichs! Robert Kummer! Und dann in einem Duo, die sportliche Leitung, die uns zum Landeskriegermeistertitel geführt hat. Hier ist der Meistertrainer, die ewig hat, Meistermatter Gerhard Stöger. Er ist der Hammer! Er ist der Hammer! Gerhard Schöker! Gerhard Schöker! Gerhard Schöker! Gerhard Schöker! So, und weil er Didi Emich meistens sein rotes, schicke Wareneimer konterträgt und wir unisono rot eine hässliche Farbe binden und er selbst sich uneigen ist jetzt schon zwei Tage vor seinem, wie binden? 42. Geburtstag, ich wollte nur öffnig sein. Ein neues Wort, so wie er keinen Schädel hat, gut zu Gesicht. Es ist ein E-Mitcher! Es ist der E-Mitcher! Ich hoffe, du tauchst das einmal aus und trägst das jetzt mal. E-Mitcher! Danke! So, lang haben wir gewartet, nämlich genau eine Saison. Und jetzt ist der Moment gekommen! Jetzt haben wir den Müller! E-Mitcher! I-Mitcher! I-Mitcher! Warte, die sich offen vielleicht bitten, dass ihr die Meisterschale holt! Und den Herrn Bücker-Meisterau-Lehrungen hat... So, und heute zum letzten Mal die Ehre, unsere Meisterschale in den Himmel, ins Festzeithimmel zu stemmen. Denn einer fehlt noch und das ist unser Kapitän, mit der Nummer 17! Wir sind imam und imam und imam und imam. Applaus 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 Wer wird der Mannschaften? Wer wird der Mannschaften? Geh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir zeigen wieder, wir zeigen wieder auf지만 Wir zeigen wieder, wir zeigen wieder aufgewachsen Schein, schein, schein! Mario, Mario. Du stellst abstrüben, ist züg, ist das Sieg. Du gehst, hör die Grenze, du spürst nur für sie. Mein Herz sagt die Fans, die aus dir aufwänden, wenn du bist du das da. Go, 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 wir sind die Chams, sollst wohl ja ausdehern, oh. Go, 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 wir sind die Chams, sollst wohl ja ausdehern, oh. Go, 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 wir sind die Chams, wir sind die Chams, ausdehern, oh. Wenn Gott um dich dreht, nicht wieder! Wenn Gott um dich dreht, nicht mehr. Wenn Gott um dich dreht, nicht mehr. Alekberle! 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 Überreicht jetzt unser Wolfgang Christian Schiedbauer, unser unerwüdlichen Andrea Gleieck! Nein, mein Geiler Tag! Das tut uns deus! Danke! Andrea Gleieck! So, Achtung, euer großer Ausdruck. Jungs, liebe Salma, habt ihr euch beschlossen, dass der Salma und ihr Heid der Verein ein Lied sehen dürften. Der Salma macht sie in Vertretung von Eich Fans. Salma, bitte! Salma, bitte! Salzburg ist komplett! Salzburg ist komplett! Salzburg ist komplett!